Verkehrspolitik für alle und mit Augenmaß. Das war bislang und wird weiterhin mein Bestreben sein. Wir haben die Friedrichstraße wieder geöffnet, damit die Anlieger und Geschäftstreibenden keine Einbußen mehr hinnehmen müssen. Mein Ziel ist es, dass alle gut ans Ziel kommen. Dazu teilen wir Berlins Straßen so auf, dass sowohl Radfahrer als auch Fußgänger und Autofahrer Platz haben. Pragmatisch, gerecht, miteinander und verkehrssicher. Nur so kann es gehen. Die Einführung des 29-Euro-Tickets ab Frühsommer macht die Nutzung unseres ÖPNV für viele noch attraktiver und forciert den Umstieg auf klimafreundliche Verkehrsmittel. Dazu gehört auch der Ausbau des U-Bahn-Netzes. Begonnen haben wir hier mit der U7 in Richtung BER und in Richtung Herrstraße. Auf dem Weg zur klimaneutralen Metropole ist außerdem der Ausbau der Elektromobilität ein wichtiger Baustein. Vor ein paar Tagen haben wir gerade wieder ein paar neue Ladesäulen nahe des Kudams in Betrieb genommen und so eine weitere Möglichkeit geschaffen, aufs E-Auto umzusteigen. Auch die BVG-Flotte hat neue und wird auch weiterhin E-Busse bekommen. Und so wird es in den kommenden Monaten weitergehen. Gemeinsam, pragmatisch, lösungsorientiert. Für eine gut organisierte Stadt, in der der Verkehr läuft. Für eine klimaneutrale Stadt, in der die Berlinerinnen und Berliner auch noch in Jahrzehnten gut leben können. Für eine klimaneutrale Stadt, in der der Verkehr läuft.